Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Saints Row The Third The Third? Immer noch Tess und Smokey, Spieler 1 und Spieler 2 So sieht das aus Die ist gerade zum Helikopter rennen Get to the Chopper! Der Typ redet als wäre er schwarz Ja Ich erwisch den nicht Das ist echt doof Ich komm nicht dran Oh jetzt! Er ist auf den linken Mein Gott ich komm nicht dran Wo vor uns! Ich komm nicht um die hinter uns! Wow für uns, okay Jetzt hab ich keine Vision mehr Auf den hinter uns musst du die fordern nehmen Wie viele sind das? Äh 5? 4? Wie viele Helikopter kann eine Stadt haben? Da gibt es bestimmt irgendwo irgendeine Regulation Muss man mal nachsuchen Schreibt in die Kommentare Wenn ihr wisst wie viele Helikopter Die Polizei Besatzung einer Stadt maximal haben darf Er ist den linken Jo Äh Und der ist dort Nice Bam Worauf warten wir denn? Ja, dass sie schneller fliegt Welche Bombe? Die was an dem Helikopter da vorne dran hängt Oh, was ist an der Bombe drin? Ich krieg die Story überhaupt nicht mit! Wir irgendwann in die Luft sprengen wollen Wow, ich hab grad versucht wie im Battlefield den Helikopter mit Coo zu spotten Hahaha Oh mein Gott, das wäre toll! Es wird genug Raum für diese Scheiße, richtig? Ja Was? Was machen wir jetzt? Ich würd sagen, wir kommen mal schauen an die Exe und da sind ja nur vier Helikopter Mh Der hat hoffentlich ne Garage Ich hoff mal auch Oh, muss aber keine große sein, ne? Nö So, jetzt kommt wieder die geile Akai über Blende und ein Loading Screen? Kommt einer? Kommt einer? Ja, ich hab alle Ja, bei mir war kein Logo, ohne Logo ist das kein richtiger Loading Screen Achso, achso, achso Was? Nein, das ist auch meine Kampf Frau, du bekommst nicht zu viel? Lass uns das Geld ausführen F*** dich, ich mach das für Johnny Okay Okay, wenn wir die Jungs in bringen, dann werden wir ein neues Platz bringen Wenn du Angst hast, über die Real Estate? Wir haben Schäden! Lass sie nutzen Ruhig, Shambi Wir haben es alles geschlossen Perfekt der Reaper-Drohne Was ist denn auf Castle's Play? Sains Book Jungen, die ganzen Anspielungen sind einfach so geil Na ja, ne? Shiki Deepak Team Fortis 2 Masken Ich will Heavy-Sign Ja, ist eine schöne Wohnung, die extra hat Okay, auf dem Ziel zu greifen Oh, Kleiderschrank Jetzt kann man es umziehen Ah Kopf Oh, mein Mein Gott Oberkörper Ja, da habe ich entweder nur keine Yes Meine Weste Yes Du läufst jetzt nicht nackt rum, oder? Nein Guck mal bitte Oh, ich weiß, was ich haben will Ich will so einen Bademantel haben Guck mal bitte Warte mal Geh grad raus Was zum? Ich komme nicht mehr klar, Alter Ich komme echt nicht mehr klar Ja Ja Pass mal auf, mein Freund Pass mal auf, du Aushilfs-Pausen-Clown Nicht mit Commander Wenn ich halt um mich rumtanze, wenn ich dich nicht treffe Ja, weil ich jetzt Dingens bin Und... Okay, gucken wir mal Okay, ich hab... Wir müssen Klamotten kaufen Junge, hör auf Heavy zu boxen Heavy... Junge, ich höre mir diese Apocryphist, ne? Und dann mache ich hier Heavy Melee, Alter Soll ich was sagen, machen wir mal weiter, ne? Gehen wir mal raus Was ist der Plan? Äh... Haben wir es Läuft jetzt ernsthaft mit der Heavy-Maske rum? Ja So Ich bin real-life Heavy Was machen wir jetzt? Sieht so geil aus Ich weiß es nicht Lass einfach mal... Lass einfach mal 10 Minuten irgendwann irgendwie rumdanken, Junge Oh yeah Ähh... Okay, welches Auto nehmen wir? Jo, das es jetzt kommt, hier, das ist voll edel so Wo pansen Woah wo pansen Wo... Woah Ich brelle Ich nicht mehr Was war das denn bitte? Ich will den... Ich will den... Ich will den... Ich will den Betonmischer haben Kommen, drehen die da alle um? Wir holen den Betonmischer Wir holen den Betonmischer Das ist ein... Das ist ein Porsche Nein, wir wollen den Betonmischer, das ist voll der Panzer Das sag die was Hey, ich habe in seinem T-Tipp, wenn du ein paar Zürcher-Türen holst. Ich habe ihn in der Zeit, dass du ihn ausgehoben hast. erst mal ein paar Kops kaputt machen oder? Ja, fahr mal erst mal. Rückwärts. Mal vorwärts müssen wir. Nein, wir müssen hier lang. Müssen wir über die Brücke? Nein, mir sagt das Ding, dass wir hier lang müssen. Okay. Du fährst, ich vertraue dir. Da hat dich für eine Millisekunde ein Standbild. So. Was? Was? Junge, was? Was? Taxi, bleib schnell, nee, die brauchen ein Taxi. Was? Ich fahr ja zack, Alter. Es wird das wie zu dumm. Ich hab grad ein geiles Auto. Du Frechtax, Alter. Uuuuuh! Nein! Nicht ein Fluss! Bist du gerade erst auf dem Fluss? Nein! Wo bist du? Was ist der Hölle, Alter? Wo ist dein LKW? Im Fluss. Im Fluss. Hahaha. 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 Ich liebe dieses... Tut mir leid, Leute. Ich kann mir Moment überhaupt nicht mehr klar. Ich kann... Oh, Mist. Ich weiß, ich dachte... Mach doch auf paar Karte. Verpiss dich. Oh, all cops are best, bro. Ja, man. Wir sind voll ghetto, Alter. Bro. Ach, wir haben vergessen da jeden Satz, bro, zu sagen. Oder bitch. Bro. Ist okay, bitch. Ist okay, bitch. Okay, fahr mal jetzt zu der, äh... Okay, steig aus, wir töten die bitch. Okay, okay. Oh, ich bin ausgestiegen, ich steck im Zaun. Ich muss mal aussteigen, kann der Junge. Wow, soll die... Oh, warte, 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 ich will die... Ich will Nahkampf, ich will Nahkampf. Uuuuuh! Oh, ich bin fast tot. Das ist relativ uncool. Ja. Aufstieg. Lade doch nach! Oh, das was ist jetzt los, Alter? Was ist das hier? Tower Defense, oder was? Ach, oh mein, die sche... Guck mal, die kommen hier mit Monster Truck, oder was auch immer das sein soll, mit so'n fetten Super... Au! Wo bist du, Freundchen? Geil! Der ist komm her! Was? Oh, Bullen! Oh mein Geil! Ich bin auf dem... Oh mein Gott! Nice! Test, komm her! Was für Motorrad... Okay. Let's go! Badass! Heavy is Motorcycle! Der kommt da aber nicht raus. Heavy is Bike! Oh! Sag mal, was macht ihr da? Frech Dachs, Alter, ohne Scheiß! Heavy is Bike, Alter! Heavy is Bike! Aber wer müssen wir noch schaffen? Schaffen wir wohl! Ist das... Oh! Ich will echt nix sagen, aber so langsam wird's hier, äh, holprig. Vereinfacht, Black Mobile, Black Mobile, dann können sie sich treffen. Fängt doch gerade erst an, kuschelig zu werden, oh yeah! Fuck yeah! Lass sie mal ein Auto setzen, hier außen kann man uns zu töten. Nee, die sind viel egal. Ja, aber du, du fährst, du fährst... Jonas ist bitte für ein geiles Polizeimotorrat, das Ding hat vier Abspüffel. Ja, warum würde ich sie auch nicht hergeben. Aber ich finde, das ist... Oh, das ist ein super Typ von denen... Oh, oh! Was? Das ist ein super Typ. Ja, da gibt so super Typen und die haben super Waffen und die machen übeles Auer. Wo denn? Ja. Hör mal! Fallst du doch mal oben, oder was? Ja, wahrscheinlich nicht. Hä, wie machen wir? Ich will das Saints Auto haben. Gib mir Deckung, komm! Oh! Wow! Was verrat denn? Da ist der Supertyp noch. Nein! Mein Auto! Oh, da ist er! Ein paar Headshots und das Problem hat sich. Guck mal, gefickt. Ey, gib mir die bitte. Okay, nimm du die. Nicht, du sollst nicht... Okay. Ach, du heilige Maria, Mutter Gottesworte. Ich auch mich! Moment, ich glaube... Ja, Tess, steig ein, jetzt komm! Tess! Ja, warte, ich muss eben gucken, wie dieses Ding funktioniert. Steig ein! Ja! Geht nicht, ich muss das Ding fallen lassen. Ja, hauptsache, du steigst rein, du steigst weg. Let's go! Watch the road, sagt sie. Ja, ich hab meine Faust ausgewählt, das ist irgendwie eine schlechte Feldkampfwaffe. Alter! Heavy, du bist so sch... Drive! Stupid Scouts! Heavy is Mortal Cycle! Ach du, what? Was ist das für einer? Was hat der für Muskel, Alter? Der hat mehr Hausmuskeln als Heavy. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Nein! Karnaten! Tess, komm! Tess, komm her! Rette mich! Warum? Warum? Wie belebe ich dich wieder? Mit E? Scheiße! Das geht nicht! Nein! Tess, ich muss entkommen! Ich muss entkommen! Abgelaufen! Ich bin im Haul! Ich weiß, aber ich kann dich nicht reviven, wenn ich die ganze Beschossigkeit feiert. Es geht nicht! Ich versuch's wegzulassen! Ich komme, Smokey! Komm schon! Ich rette dich! Schnell! Nein! 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 Scheiße! Ich will's doch... Alles nur, was du vom Motorrad gefallen bist! Warum... Junge, was... Warum stand das Motorrad noch auf einmal auf dem Kopf? Was bist du bitte für ein Fahrrad, Alter? Das kann doch nicht sein! Da war eine Straßensperre! Du bist eine Straßensperre! Mit dem Fahrzeug. Ja, aber hier ist ein Motorrad. Oh, ich fahr! No, das ist eine Harley, die fahr ich. Ja, lass mich hier nicht mehr fahren. Okay, das ist eine Mächte-Gern-Harley, weil das macht nichts. Guck mal, guck mal bitte, guck mal bitte, guck mal bitte von vorn auf das Ding. Guck mal wie das aussieht. Guck mal, guck mal, da läuft eine Sensor-Dose rum. Wow, wow, Freund, Freundchen! Was macht der denn? Das ist eine schade Beispiele für einen Krieg! Oh, ähm... Oh, warte, das mache ich nochmal! Oh mein Gott! Fels, komm! Was? Das sind nicht die Cops, das sind die anderen, das ist die Gang! Das ist Gang-Argo, es gibt Gang-Argo, es gibt Gang-Argo-Kop-Argo. Fahr los! Warum sind sie mich schon wieder auf dem Motorrad? Du fährst mich wieder in den Tod! Ich würd sagen, ich würd sagen, ich würd sagen, ich würd sagen, an der Stelle beenden wir den Part, weil wir haben fast dafür schon aufgenommen. Ähm... Mein Kopf schläft genau. Was machst du? Dann würd ich sagen, zu diesem wunderschönen Anblick von Heavy, würd ich sagen, beenden wir den Part und sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Saints Row the Third mit Tess und... Mit Tess und Smoky! Mit Tess und Smoky! Und ähm... Sein Kanal ist wie immer in der Videobeschreibung und wenn der nächste Part raus kommt, mache ich euch eine Videoanmerkung und damit bis zum nächsten Mal bei... Let's Play Saints Row the Third! Richtig! Richtig! Richtig!